8. Tag im Sommer, Jahr 1 So, so ist ein Show, läuft nicht, ich wollte trotzdem sicherheitshalber gucken Ach guck mal, sie ist schon am Malochen, fleißig fleißig die Robin Hallo und hallo Moin So, du alter, kleiner, Stänkihund Oh, wir haben ein großes Ei Ja, dann kommt großes Ei halt erstmal hier rein, ne? So, mal sortieren das Ganze Okay Wo gehen wir denn heute mal angeln? Ich glaube, ich würde heute mal hier unten angeln gehen Einfach weil, warum nicht? Äh, hier geht's lang Genau So Gucke mal Gucke mal, was wir da gefunden haben So Das ist nicht die beste Stelle zum Angeln, aber Trotzdem möchte ich hier jetzt angeln Einfach mal hier angeln und gut ist Ja Algo, sehr schön Aha, auch so ein kleiner Trick, Sarah Der Fisch Aber wir haben dich Ein Hecht 150 cm, neuer Rekord Sehr schön Oh wow Jürgen und Slutko, großer Bruder Ist ja der Wahnsinn Big Brother hatte ich glatt vergessen Die ersten Staffeln Du bist mein großer Bruder Du bist immer da Großer Bruder, ein Freund fürs Leben Du bist immer für mich da Egal was auch passiert Bist mein großer Bruder Und du bist immer bei mir Geil Trash-Singles von Big Brother damals Nice Vor allem Die haben dieses Single ausgehauen Die haben sich bei Big Brother gut verstanden Aber ich glaube Danach war auch Schicht im Schacht Ich glaube Danach Haben die beiden sich gegenseitig vergessen Oder so Falls dem nicht so ist Ja Würde mich aber irgendwie wundern Und so ist es Und so ist es Und so ist es Und so ist es Beiß bitte an, beiß bitte an, kleiner Fisch, da ist er ja, oh ja, er flitzt mir fast von der Leine, von meiner Schnur, da krieg ich wackelige Beine. Hecht, sehr toll. Bisch, mein großer Bruder, du bist immer da, bitte Pranker auf, okay. Hey, Pontchen. Sehr schön. Brüner, ja. La, 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 la. Oh ja, diese Musik. Ach, guck mal, die Brille von Harry. Ganz entspannt angeln. La, 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 la. So, Hecht. Geiler Hecht. Na, 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 na. Na, na. Den Schatz haben wir. Ich frage mich allerdings schon gerade, wie viele Schätze würden denn kommen, wenn wir die Option mit den Schätzen genommen hätten. Weil ich finde, wie gesagt, jetzt schon, dass wir extrem viele Schätze finden. Das ist tatsächlich so mein Empfinden. Wieder so ein Zappel-Philip-Fisch, ey. Trotzdem perfekt. Gut. Oh, der Zug. Da kann man manchmal auch ganz nice Sachen finden. Ich überlege gerade, ob ich da jetzt hinlatsche oder nicht. Ich glaube, das machen wir gleich mal. Weil, warum nicht? Würde jetzt mal bitte was anbeißen. Danke. Und wieder so ein Zappel-Philip. Ja, komm. Okay, gehen wir mal hoch zum Zug. Wo gehe ich denn jetzt am besten lang? Ich glaube, über meine Farben. Ich glaube, tatsächlich, über meine Farben ist es gar nicht so verkehrt. Das ist eine Muschel. Na. Tatsache. Gehen wir mal gucken, was wir da so kriegen vom Zug. Ich glaube, warte mal. Wenn man den attackiert, kriegt man manchmal auch mal was. Zumindest rede ich mir das gerade ein, dass das so war. Die ganzen Fliegen, ey. So. Wie? Das war schon. Da musste aber gerade richtig zufällig hier oben sein, wa? Bin gerade ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Okay. Das da oben finde ich immer noch sehr interessant. Das hier. Weil das ist, soweit ich weiß, wirklich neu tatsächlich. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal in die Quelle. Weil man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Können wir ja mal machen. Warum nicht? So. Schön in die warme Quelle. So. Schön. Fitnessraum. Auch geil hier oben. Aber trotzdem wollte ich dir mal zeigen. Die Duschen. Aber wir gehen ungeduscht. Um das richtig schön... Das Verschmocken, das Wasser. So. Ist das geil. Boah, ich wünschte, wir hätten auch so eine heiße Terne, ey. Richtig schön da rein, ey. Auch eine Sache, die ich in Japan gerne machen würde. Wenn Corona dann mal irgendwann vorbei ist und man reisen darf. Einfach mal schön in so ein Onsenbad und so, ey. Boah. Das stelle ich mir so cool vor. Und so, und wir sind wieder fruchtig frisch unterwegs. Und da ich jetzt eh hier oben bin, würde ich auch hier oben angeln gehen. Ein bisschen Zeit zum Angeln haben wir ja noch. Moin, Linus. Lange nicht gesprochen. Ich habe einen Riecher. Was? Riecher. Riecher. Ich lese einfach Riecher. Ich sage ja, heute bin ich komplett durch mit der Welt. Okay. Ich habe einen Riecher. Grazil durch den Morgennebel stolzieren sehen. Das sind die Schätze eines stillen Lebens. Okay. Ich würde auch gerne mal so einen Riecher sehen. Einfach mal so einen kleinen Reiher. Why not? Und ich lese da echt Riecher, Alter. Was ist denn los heute? Ich sage ja, heute bin ich irgendwie komplett durch den Wind. So. Der Fisch hat gar keine Lust, sich großartig zu wehren. Das gefällt mir aber ganz gut so. Hallo, Kaulbarsch. Noch irgendwas, das wir hier rausziehen. Jawohl. Aber wieder einen unmotivierten Fisch. Oh, oh, oh. Da wollte er mir jetzt aber gerade nochmal das Gegenteil beweisen, ey. Da wollte er es aber gerade nochmal richtig beweisen. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Zwerg-Weltz. 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 Ja, er versucht es mit der Motivation. Auf jeden Fall der Fisch. Ich frage mich, was die nächste Erweiterung für den Stall kostet. Sowohl finanziell wie auch materialmäßig. Wir werden es bald herausfinden. Wahrscheinlich am nächsten Tag. Weil Robin müsste, glaube ich, fertig werden. Heute damit. Oder war sie damit schon fertig? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ne, sie hat da noch rumgeheimert, ne? Oder? Doch, ich meine wohl. So, Perfekto. Über was für Themen kann man denn noch sprechen? Das Problem ist, es gibt aber auch Themen, wo ich mir so denke, sollte ich das ansprechen oder nicht? Weil ich muss mir halt immer dessen bewusst sein, dass hier auch durchaus Kinder zu gucken. Weil ich würde zum Beispiel gerne... Ja, nennen wir es mal über das Thema Erwachsenen-Schauspieler und Spielerinnen reden. Da fragt ihr euch jetzt vielleicht, inwiefern? Ihr wisst genau, was ich meine. Diese Filme, wo sich Menschen gegenseitig lieb haben, wo die ein bisschen miteinander kuscheln. Und wo es halt auch mal manchmal ein bisschen ruppiger zur Sache gehen kann und so. Was ich mich halt immer frage ist, wie manche Menschen das sehen. Könntet ihr mit solchen Schauspielern eine Beziehung führen? Ja, nein? Und wenn ja, könntet ihr euch halt auch vorstellen, mit so einer Art Schauspieler Familie zu gründen. Das ist halt auch nochmal so eine Frage, die ich mir da stelle. Die Sache ist die, ich denke mir, ich könnte mit so einer Person eine Beziehung führen, durchaus. Aber Kinder wiederum würde ich schwer finden. Und es gibt ja eine Menge Erwachsenen-Schauspieler, die aber auch Kinder haben. Aber ich finde das echt kompliziert, ne? Gerade bei einer US-Darstellerin, da weiß ich, dass sie ein Kind hat. Ich glaube, einen 9-Jährigen. Ja, das dauert nicht mehr lange, dann wird das Kind auch irgendwie in Berührung kommen mit ihrer Filmografie. Vielleicht unfreiwillig. Und das ist doch extrem unangenehm. Und ich meine, selbst wenn das Kind nicht drauf stößt, dann werden es vielleicht Freunde tun. Und ich weiß nicht, das wäre zum Beispiel, das würde ich problematisch sehen. Ich meine, wenn man eine Beziehung mit so einem Schauspieler hat, okay. Aber sobald da Kinder ins Spiel kommen, finde ich es schon wieder kompliziert. Also ich würde das zum Beispiel keinem Kind zumuten wollen. Irgendwie, dass der Vater oder die Mutter halt bekannt ist. Das, äh... Ja, ist komisch. Irgendwie möchte man das dem Kind nicht antun, denke ich mir. Andererseits, wenn jetzt... Ach shit, den Schatz bekommen oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Doch. Okay, hat noch gereicht. Ähm... Ich meine, ich sag mal so, bevor die Mutter beispielsweise... oder auch der Vater gar kein Geld nach Hause bringt, ist das natürlich eine super Alternative. Vielleicht auch, wenn bereits Kinder da sind. Ähm, aber wie gesagt, man muss sich dessen bewusst sein. Oh fuck, ich hab nicht auf die Uhr geachtet. Oh oh, das wird knapp. Ähm... Okay, das könnte das erste Mal sein, dass wir umkippen. Ähm... Okay, schnell, weg hier. Fuck. Äh... Jetzt hab ich mich festgelabert. Ah, ah, ah. Auf jeden Fall, ja, ich find das bedenklich mit Kindern. Ich mein, klar kann man seinen Kindern das erklären und so. Bloß, ähm... Wenn ich mich in die Lage versetze, ich würd das jetzt nicht so toll finden, wenn ich da meine Mutter oder mein Vater irgendwie mal in so einem Film sehen würde. Das wäre irgendwie ganz komisch für mich. Vor allem, weil man sich auch bewusst sein muss, dass, äh... ganz viele Menschen das sehr inspirierend finden und, äh... sich daran sehr erfreuen. Man merkt, ich umschreibe es, falls wirklich Kinder zu... Na... Kinder zugucken. Ähm... Ich glaub, ich verkauf nix. Ich geh jetzt so ins Bett und sortier das dann ein. Ähm... Ja... Scheiß, ich muss aber auch noch den still zu machen. Shit the fuck. Hab ich den überhaupt aufgemacht? Oh, ähm... War ich da überhaupt drin? Ja, war ich. Und Robin hämmert sich da immer noch einen ab. Hä, 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 man. Das passt auch ein bisschen zum Thema. Ähm... Gut. Ja, wie gesagt, sobald da Kinder im Spiel sind, find ich das ein bisschen schwer, weil man muss halt immer davon ausgehen, dass die Kinder da irgendwann drauf stoßen werden und das ist doch eigentlich eine unangenehme Situation. Weil man würde ja auch nicht unbedingt wollen, geh ich mal davon aus, dass die Kinder einen beim Schauspielern mit seinem Partner erwischen. weil das Drehbuch und so, ne, es ist, äh... Ja, für Kinder unverständlich. Ich mich einfach um den heißen Brei schlängel. Okay. Hallo, Paule. Danke für den Auftrag. Zur Stallerweiterung zusätzlich zum doppelten Platz im Stall habe ich mir erlaubt, dir noch einen, äh, einen... Brutkasten einzubauen. Sehr schön. Lege einfach ein Ei hinein, um ihn zu benutzen. Wenn du Platz in deinem Stall frei hast, wird das Ei in einigen Tagen schlüpfen. Wie immer, danke für das Geschäft. Robin. der erosion. Und du bist, Ha 홍ut. Ärg Cool. Bis zum nächsten Mal.